Damit ein wunderschön herzliches Willkommen zu den nächsten Monat-News in November. Ja, diesmal sind es nicht so viele Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Aller aller erstes habe ich für euch einen Tweller vorbereitet am 31.10.2022 ab ca. 18 Uhr, seht ihr dann gleich im Tweller, bin ich live auf Twitch mit einem kleinen Halloween-Special-Event mit Nico Stamm. Und dann bleiben sie im Kerlhaus. Ähm, wir spielen nicht alleine. Äh, ich glaube ich brauche eine neue Unterhose. Äh, wow. Ja, ja, mal, mal. Weihnachten haben wir aber noch nicht. Auftrag gleich, aufgedeckt. Nein, 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 nein. Wir haben wieder die Auswahl. A, B oder C. Ist der irgendwo getrunken? Nein. Bah! Dreamt es gerade? was ich dir eigentlich geben wollte im schneegebiet ist für den adventkalender wird der rad aufgenommen und es werden interessante video wieder zusammen erstellt aus dem team und seid gespannt am 1.12. dieses jahre geht es wieder los mit adventkalender mit buchstaben auf der suche zu sein und somit sag ich viel Spaß, die Consumenta ist vom 26.10. bis zum 30.10. dieses jahres noch die Consumenta ist eine relativ vielfältige Angebotserie aus verschiedenen Sachen wie Tierhaltung, Tiernahrung, aber auch für Schokolade, Spielzeug alles war eigentlich einfach gemischt mit allen Sachen, ein Blick da lohnt sich, man bekommt zwei, drei vielleicht vorab Informationen schon mal ich würde euch empfehlen steht dahin außer ihr seid nicht in Nürnberg, da findet die Messe eben statt zu aller guter Leicht zum heutigen Video habe ich die drei Fragezeiten sind live in Nürnberg am 28.10.2022 man kann aktuell ein Ticket erwerben, ähm ich bin dabei mir Ticket zu holen, bin mir aber noch nicht so dann sicher ob ich wirklich, ähm ja ob ich das zeitlich schaffe dahin zu gehen weil Bedingen ist 20 Uhr und Ende ist glaube ich soweit ich weiß 22 oder 23 Uhr findet in Nürnberg statt somit war das auch schon wieder mit dem Monat News Oktober wir sehen uns dann im November wieder und dann ist das Jahr auch schon relativ weit am Ende bis dahin sag ich erstmal schönen Tag, macht gut, wir sehen uns im November, bye bye, tschau! schaust nicht es ist